ich begrüße euch alle herzlichst hier zu einem kleinen ja video mit einer sehr sonderbaren qualität muss man sagen ja das ist eine angebliche ich lese vor was draufsteht hd 720p webcam muss sagen dass wahrscheinlich auch das licht alles noch viel drastischer verschlechtert als es eigentlich ist so ja warum nehmen wir dieses video auf die qualität ist so schlecht wie gesagt weil die kamera kein hd ist obwohl es draufsteht ja es geht sich ganz einfach um morgen heute ist mittwoch der fünfte achte 2015 und morgen ist donnerstag der sechste 2015 und der erste tag für privatbesuche auf der gamescom und da bin ich nicht alleine sondern vor zwei jahren welcher 2013 und dieses jahr bin ich wieder da mit meiner freundin ja und wir haben ein bisschen überlegt und wir werden auch so eine art kleines ganz kleines tagebuch führen sage ich mal indirekt bestückt mit samsung handy und iphone und deiner super tollen nikon kamera wenn wir versuchen da ein paar gute videos hinzubekommen wir haben ich hätte ja gerne so einen camcorder gehabt aber die magst du ja nicht wann habe ich das gesagt wie auch immer das heißt wir werden dann da versuchen damit irgendwie was zusammenzubasteln dass wir zusammen zu schnibbeln zu schneiden und dann wie gesagt euch einen kleinen eindruck von der gamescom zu geben wir wollen natürlich auch versuchen ein paar fanartikel abzugreifen am besten wäre es natürlich kostenlos aber es wird wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren auch die werden wir euch dann präsentieren ich habe mir überlegt wir werden wirklich so ein video machen ein bisschen mit zeitraffer arbeiten das sollte nicht allzu schwierig werden dass wir euch da so einen eindruck zeigen was da los wie viele leute da waren und was das besondere ist ja morgen ist ja der erste große tag wenn man so will daher erwarte ich auch mal besonders viel andrang und euch dann so einen eindruck zu geben wie viel da los war was wir gesehen haben wie die fanartikelstände aussahen wie die live events waren da wollen wir euch gerne einen kleinen eindruck von geben und ich hoffe ihr habt interesse dran ähm celebrate the games sag ich nur morgen ja wir sehen nämlich noch zu dass wir ganz früh da sind also morgen früh die ersten kleinen aufnahmen werden wahrscheinlich so um 5 uhr 6 uhr gemacht und dann bin ich wahrscheinlich dann noch wir sind beide wahrscheinlich noch halb verschlafen und können wahrscheinlich kaum reden aber wir werden halt wirklich versuchen euch den tag nahe zu bringen und euch vor allen dingen das erlebnis der gamescom selbst möglichst gut beizubringen habe ich ja vor zwei jahren auch geplant aber dann nie gemacht ich habe videos aufgenommen die habe ich auf dem ipod gehabt damals nie verwertet müssen wir wirklich machen und wie gesagt ich hoffe die qualität wird gut nicht so wie das hier das ist jetzt nur äh ne von wegen hd sage ich nur man muss sagen elgato game capture das programm das filtert schön das haben wir jetzt eben hier nicht deshalb sieht das wirklich einfach nur kacke aus Entschuldigung aber naja ähm ja ganz kurz Highlights vielleicht können wir jetzt vorne weg sagen für mich natürlich Fallout 4 zum großen teil Fallout 4 Elex von Piranha Byte ich starre gerade auf die Connectors Edition von Risen 3 ähm ja Blizzard hat ja auch viele Sachen also wir werden uns viel ansehen wir werden euch wie gesagt dann morgen auf der gamescom mehr sagen ähm guck ich das mal an wisst ihr was das ist wisst ihr was das ist wer es nicht weiß Pech gehabt ähm nein wir werden euch dann morgen auf der gamescom mehr sehen wir werden die ganzen Stände wir werden alle Hallen durchqueren ich würde auch sagen wir können einfach jede Halle auch filmen wir haben auch schon so Karten ausgedruckt und sowas einen Hallenplan ausgedruckt und sowas und ähm ja wir werden euch auf jeden Fall dann den Blizzard Stand zeigen wir werden euch den Ubisoft Stand zeigen den EA Stand den Bethesda Stand den Nordic Games Stand den was weiß ich nicht alles und wir sind schon bei 4 Minuten wie schreie ich denn bitte dass bei Videos immer die Kurve so hoch ist guck ich das mal an hier na gut ähm ich würde sagen das war's aber an der Stelle wie gesagt morgen sind wir auf der gamescom wer Interesse hat äh und morgen auch auf der gamescom ist schreibt's ruhig in die Kommentare wobei das ja sehr unwahrscheinlich ist na gut ich würde sagen das war's an der Stelle wie gesagt morgen die große gamescom wir sind morgen wahrscheinlich bis 21 Uhr unterwegs das heißt das mit dem zusammen schnibbeln wird dann erst übermorgen was und dann kommt das Video wahrscheinlich erst Freitag oder? da kannst du dann auch kreativ werden und selber schnibbeln dann bin ich ja genau danke da guck ich nur zu na gut wie gesagt das war's an der Stelle gewesen sein nur kleine Informationen jetzt habe ich wieder so eine hohe Welle hinbekommen ähm morgen gamescom übermorgen gamescom Video machen und Samstag kommt dann das Video wobei Samstag blöd ist nein morgen gamescom übermorgen Video machen Punkt Freitagabend kommt das Video das will ich so hin das machst du nein nein also wie gesagt wir filmen mit iPod, mit iPhone, mit Samsung Galaxy S3 und mit Nikon Kamera das sollte also von der Qualität her in Ordnung sein ist kein Ultra Full HD du kennst die besser mit deiner Kamera aus ist die gut 24 Megawixel bei Fotos na gut ähm ich würde sagen dann sehen wir uns entweder auf der gamescom ähm oder halt in dem Video und ich würde sagen danke fürs Zuschauen und bis zu einem Video von mir, zu einem Video von uns oder sonst irgendwas übrigens bald kommt noch ein neues Spiel ah ne dann muss das ja muss ja jetzt wieder funktionieren ne ähm wir haben auf jeden Fall noch vor ein Spiel aufzunehmen das ich alleine gespielt habe dann haben wir es zusammen gespielt dann habe ich es ein Jahr lang gar nicht mehr gespielt und jetzt wollen wir es zusammen nebeneinander mit Webcam spielen das werden alle drei Schritte so eine kleine Revolution Revolution und ähm ja wie gesagt damit das funktioniert müsste erstmal was anderes funktionieren was momentan nicht funktioniert naja ich würde sagen das war es an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und ähm ja entweder bis zur gamescom bis zu einem Video oder bis übermorgen zum gamescom Video oder? ja dann bis 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 dann